Die Wahl in Israel hat keinen klaren Sieger ergeben. Nach Auszählung fast aller Stimmen können sowohl die Likud-Partei von Ministerpräsident Benjamin Netanyahu als auch die Liste Blau-Weiß von Herausforderer Benny Gantz jeweils 35 Sitze in der Knesset für sich reklamieren. Nach der Wahl am Dienstag hatten sich deshalb beide Männer als Gewinner gesehen. Netanyahu sprach in der Nacht von einem kolossalen Sieg und kündigte an, schon bald eine Regierung bilden zu wollen. Netanyahu kann unter anderem mit der Unterstützung des nationalistisch-religiösen Blocks rechnen. Beobachter sehen ihn deshalb eher in der Lage, eine Mehrheitskoalition mit 61 Sitzen zu schmieden. Umfragen vor der Wahl hatten auf Verluste für seine Partei hingedeutet. Dem Amtsinhaber droht eine Anklage wegen mutmaßlicher Korruption in mehreren Fällen. Allerdings konnte Netanyahu zuletzt außenpolitische Erfolge verbuchen. Israel hatte das Gebiet 1976 von Syrien erobert und 1981 annektiert.